ihr werdet so jetzt startet die aufnahme um zwei Leute um so eine Nachricht um hier ist ein Server den ich euch vorstellen möchte von Prozent mein Schiff zocker 96 ist er kennt ihr vielleicht bestimmt hier gibt es einige Orts die jetzt erkläre ich euch ein bisschen vom Server es gibt verschiedene Gebäude das zum Beispiel ist der Bahnhof da hinten wenn ihr spawnt müsst ihr fragen ob ein Admin on ist dann schaltet ihr euch frei dann seid ihr so Bau wie Daniel Sony ja dann ähm da ist auch einer dann habt ihr die Möglichkeiten um Sachen zu machen Slash Rules da gibt es die Regeln seid freundlich keine Hacks etc keine Griefer Grieferen kennt ihr bestimmt als Nusses wenn man jetzt Sachen kaputt macht ähm ja ähm dann gibt es ähm Sachen ja Hochhäuser da kann man sich Hotelzimmer mieten da das wäre ähm oh mein Gott ähm dann gibt es einige Warps Warp halt hab ich ja gesagt ich bin ein VIP dafür muss man eine 10 Euro Spende an den Server geben also an Julian an Mannschaftssocker der benutzt das für den Server weil das ist ja ein Store Server der ist immer on könnt ihr immer on nur es gibt halt so spezielle Zeiten wo der umbefülltesten ist sag ich mal ähm ja dann denke ich mal ruft wieder bei Skype an dann könnten wir ja mal ähm also hier in dieser Stadt gibt es keine Grundstücke mehr ihr habt Grundstücke ähm ja gut ähm jetzt worbe ich mich grad zum Hafen wenn ihr viel 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 Glück habt könnte es möglicherweise sein dass Minecraft ca. 96 mit euch mit einem Boot fährt so ein Holzboot das kann ich nicht wo die gerade sind lädt die Welt retten so dann kriegt ihr hier ein Grundstück und ähm ja dann werdet dann kommen Leute äh dann könnt ihr bauen hier ähm ist ist hier nein hier ist nicht protected aber das ist zum Beispiel ein Griefan wenn ich jetzt das aber das ist protected dann kann man das nicht kaputt machen also gar nicht oder hier der hier dann steht da oh fuck scheiße ähm ja dann ja so das ist gut ähm dann gibt es einfach protectete Gebiete und wenn ich das jetzt nicht zurückgemacht hätte wäre das Griefan ähm dann kann man hier zum Beispiel Gates machen gibt es hier so Gates das sind Häuser mit dem mit dem Black & Craft ja genau ähm so dann gibt es noch andere Städte die bald frei also die bald eröffnet werden ja das sind die Boote können ein paar Leute drauf ähm ja ähm ähm hm der Boi Jack hat Schien gegrieft ja jemand hat Schien gegrieft und dann kommt man in den Knast kann man auch Bob Gefängnis oder so machen Bob Jail dann ist man nur vorne dran weil es gibt so Leute die gehen rein und machen dann irgendwer scheiße ja ähm ähm dann gibt es hier Häuser zum Beispiel das hab ich gebaut ähm hier zum Beispiel das Geldplatte da muss man hier so Geld da das lassen wir mal offen ähm dann würde ich mich freuen wenn ihr auf diesen Server kommt bis dann euer zwängbarer Pils ähm viel Spaß noch und einen schönen Tag Tschüss